Musik Auf Ihrer Webseite sagen Sie, dass zwei der wichtigsten Gründe, warum Sie der SPD beigetreten sind, Chancengleichheit und Solidarität wären. Diese Punkte werden jedoch derzeit von allen politischen Parteien in Limburg in Vordergrund gestellt und aktiv beworben. Warum sind Sie eigentlich kein Mitglied der CDU? Ich denke, die Erfinder dieses Themas sind nach wie vor die Sozialdemokraten. Deswegen bin ich auch stolz darauf, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei zu sein und will mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass alle Kinder in Limburg die gleichen Chancen haben. Das ist meine Überzeugung und das ist auch ein Grund darum, warum ich antrete als Bürgermeister in Limburg. Es geht mir darüber hinausgehend auch darum, dass die Einnahmen, die man als Stadt sicherlich auch hat, sinnvoll dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche mehr Möglichkeiten haben, sich zu entfalten und fortzubilden. Da muss zielgerichtet Geld investiert werden. Dies will ich tun. Einige Limburger sagen aber, der Hahn, der wäre auch gut positioniert in der CDU, er ist kein richtiger Sozi, in Anführungszeichen. Der Hahn ist rot, das wird er auch bleiben. Allerdings ist der Hahn auch durchaus aufgeschlossen für andere Meinungen und wenn es gute Vorschläge von anderen Parteien gibt, bin ich der Letzte, der die von sich weisen würde. Und hier besteht in den letzten 18 Jahren deutlicher Handlungsbedarf. Das wird sich ändern, wenn ich Bürgermeister bin. Was halten Sie von Ihrem Kontrahenten Michael Stahnke? Michael Stahnke ist mir sympathisch. Ich kenne ihn schon länger. Wir werden gut zusammenarbeiten. Ich als Bürgermeister, er als erster Stadtrat. Manche Ihrer Kritiker bezeichnen Sie als, in Anführungszeichen, Erbsenzähler. Soll heißen, Sie werden oftmals kleinlich und damit wichtige und notwendige Entscheidungen unnötig verschleppen oder sogar verhindern. Was können Sie zu diesem Thema diesen Menschen sagen? Wenn es um die Interessen meiner Stadt Limburg geht, werde ich gerne zum Erbsenzähler und werde es auch zukünftig sein. Es geht darum, dass große Projekte gut vorbereitet sind, gut durchgeführt werden und da ist auch manchmal der Teufel im Detail. Und deswegen muss man auch manchmal die kleinen Dinge beleuchten, weil sie große Auswirkungen haben könnten. Das werde ich auch weiterhin so tun. Es geht ja schließlich um die Zukunft Limburgs. Kann man sich denn im Detail nicht derart verlieren, dass in der Tat wichtige und notwendige Entscheidungen verschleppt werden? Ich glaube, ich habe bisher den Wald immer noch vor Bäumen gesehen.